Moin Moin, mein Name ist Micha und ich bin ab heute der neue VfB Stuttgart Trainer in der zweiten Liga, traurig aber wahr. Nichtsdestotrotz, ich bin der Cheftrainer, ihr seid meine Co-Trainer, unterstützt mich, gibt mir Ratschläge, wen wir uns holen sollen, wen nicht, denn wir sortieren gnadenlos aus, denn ich möchte, dass wir die zweite Liga rocken und die erste Liga Stuttgart Forever und es geht los. Bis denn, danke für die Pressekonferenz, euer Micha. Ich bin der Cheftrainer, 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 Untertitelung des ZDF, 2020